Willkommen du geiler Vogel, du hast dich entschieden Mitglied zu werden oder auch noch nicht, dann lassen wir uns gucken, wir haben hier drei natürlich Ränge vorerst, wir könnten natürlich die Ränge später auch noch hinzufügen, aber egal, wir haben hier drei Ränge, einmal die Düsseldaube, die zweiten Rang ist ein Kiebitz, der dritte Rang ist quasi ein Kaiseradler, nee Quatsch, Scherz beiseite, wir haben natürlich drei Stufen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 1 ist der verrückte Vogel, Stufe 2 der glorreiche Vogel und Stufe 3 der kaiserliche Vogel, ja, deswegen haben wir die Münzen auch so angewartet, falls ihr fragt, warum Stufe 2 hier draußen ist, das ist halt die aktuelle Münze, mit dem ich das Video jetzt gerade aufgenommen habe, also quasi, das ist unsere dritte Sammelmünze, aber das ist ja eigentlich ziemlich unwichtiges Thema, wichtig ist, du willst Mitglied werden, welcher Vorteil du hast, naja, Stufe 1 hat Emotes und Kanallogobilder, je Monat umso mehr verändert sich dein Logo, neue Mitglieder haben ein exklusives Logo, das bleibt eigentlich nur den ersten Monat dann, dann hast du dann ein Monatsmitgliedschaft, ich weiß gar nicht, ob das neue nur ein Tag gilt oder dann, ich bin mir nicht ganz so sicher, das haben sie ja neu eingeführt, aber im ersten Monat, zweiten und halt im Monat bedingt und 24 Monate hast du den letzten Logo-Mitglied-Button, So, egal, dann hast du exklusive Emotes, die Emotes werden eben, je mehr Mitglieder sind, umso mehr Emotes könnten entstehen, deswegen, Stufe 2, du wirst exklusiv als Chloria Vogel an die Endcard geheftet, die ich noch nicht erstellt habe, aber ich muss erstellen, aber wenn du Chloria Vogel bist, bist du auf jeden Fall in der nächsten Folge oder im nächsten Video in einer Endcard, die ich erstellen muss, aber egal, sollte es halt welche geben. Und Stufe 3, den kaiserlichen Vogel, den spendiere ich ein eigenes rubbeliges Video, das heißt, wir machen ein Video exklusiv für diese Person, kann in der Hand aussuchen, ob es öffentlich gestellt wird oder nur für Mitglieder. Ja, das war's eigentlich schon. Und alle Stufen halt abwärtskompatibel. Du, 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 du.